Hallo und herzlich willkommen zu Trouble in Terrorstown mit dem Reaper, dem Maker, dem Raid, dem Freak, dem Hasen, dem Cyrax, gesund und fit, dem Hanky und meiner Wenigkeit, dem Fuchs. Ja, legen wir gleich mal los. Und ich hab... Oh, der Maker ist es. Ja. Ja, jetzt geht's aber los. Ja, ich geh lieber drüber. Einer soll mal über die Brücke gehen und sich als Opfer geben für die Traitor-Falle. Ah, das ist eine Traitor-Falle? Oh. Das wusste ich nicht. Also ich bin nicht gefaumt, als ich drüber ging. Hab Glück gehabt. Was macht denn die Brücke? Die explodiert einfach, oder was? Ja, das Zeug fällt dir unter, glaube ich. Cyrax, gucku. Die kann man kaputt machen. Jol! Oh, Herr Dieter, kommen sie nicht hoch. Oh, verdammt. Cyrax ist da? Also der Traitor will mich nicht umbringen, okay. Uh, Cyrax. Pass eigentlich ganz gut. Oh, das war eine böse Falle hier. Kriegt man die Traitor-Falle kaputt? Gar nicht. Was ist denn das? Was ist denn das für ein Ding? Das ist eine AWP. Nein, nein, ich meine der Kühlschrank. Wow, ich bin in den Kühlschrank. Oh, da geht was rum. Auf den Kühlschrank. Nö, passiert nichts. Was schießt du? Auf den Kühlschrank. Was war das denn jetzt? Nein! Was? Er ist tot. Er ist tot. Der DT ist tot. Der Fuchs ist es. Der Fuchs ist es. Fuchs ist es. Okay. Da vorne ist der Henkel tot, oder? Oh, der Raid, sorry. Er ist da reingegangen. Hä? Das ist jetzt nicht hinter dir gewesen. Nein, 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 was? Ehrlich? Wo? Wo? Wo du gerade vorbeigelaufen bist. Wow. Der ging genau auf meinem Haus. Auf meinem Haus. Ich stand genau daneben. Ich habe auch was zum Schaden bekommen. Den DT habe ich hier gefunden, aber der hat kein D4, kein Garnitz. Oh, Alter. Die sind hier hinten. Die sind hier hinten. Oder nein, die sind hier hinten. Ich glaube, der hatte noch vorhin den Headdruck, oder? Äh, falsch, ne? Ja, es lag alles dort. Der Nahrhäß lag auch dort. Wohl genommen von irgendwen. Ja, da ist ja kein Monim. Ich muss nur gucken, wer denn mit dem Grapplinghub unterwegs ist. Äh, der fahr ich's nur. So, ich hab, ich hab jetzt die, die, die Mopse da vom Freak-Trium gekillt. Hier liegt noch einer. Hä? Der Hanky? Ist der Hanky? Fuchs hat das überlebt. Äh, ich hab einen DNA-Scanner gefunden. Ah, Fuchs, es ist so, wo, ah, ist bei mir schon keine Munition mehr. Er verfolgt mich. Hilfe. Er ist nicht da am Haus, da, wo ich den Freak da rechts nehme, wo wir waren. Ja. Da ist er. Also, du bist jetzt auch Traitor. Eigentlich bin ich so gut wie tot, weil ich hab keine Munition mehr. Ich seh hier keinen. Du bist abgesoffen bei mir. Bist du jetzt tot? Komm aus dem Wasser raus. Ich glaub, der Traitor ist im Wasser. Ist es erlaubt, überhaupt im Wasser zu sein und jetzt einfach sich zu verstecken oder irgendwo hinzulatschen? Das gehört zur Karte, sagt die Stimme. Und die Stimme aus dem Jenseits sagt nochmal etwas, Munition findet man nur auf der Brücke. Nein, das stimmt nicht. Ich hab das jetzt auch noch da. Massenmunition. Munition gibt es, wenn du im Dingraum drin bist, wenn du die Vitrine kaputt schlägst. Was ist der Kier? Okay. Oh nein. Ach. Okay. Ein bisschen Overkill, ne? Das war ein ganz schöner Overkill. Du hast mich übrigens auch mitgenommen, also kriegst du auch noch ein Minus-Karma. Fannst drei Traitor? Hä? Ich hab dich noch mitgenommen. Cool. Ja, du hast mich noch mitgenommen. Ich dachte, es gibt zwei Traitor. Ich dachte, die ganze Zeit, Rase wäre hin. Warst du Traitor? War drei. Ich war Traitor. Rase war von Anfang an Traitor. Ich hab ihm auch gesagt. Wie viel hab ich ihn jetzt mitgenommen, die Runde? Enu. Wolltest du Enu schreiben. Mein Teil wollte es nicht so richtig hier. Äh, Punkt meine ich. Also mich auf jeden Fall. Also Ray, Ray hab ich von hinten abgeknallt. Ach, du warst das? Ach, deswegen war ich auch so schnell tot. Ja, ja. Hab mich schon gewundert. So, theoretisch müssten es jetzt zwei Traitor sein, weil drei Traitor ist zu viel bei der Menge. Der Dete, der Dete wurde vom Auto erwischt und wer war noch am Auto? Den hab ich gesniped mit einem Headshot, aber das war ein richtiger Lackshot. Das war Hase. Können wir jetzt Munition nochmal her? Munition? Wir in diesen Waffenladen, bei der NL der Brücke. Wie dann, ah, da oben. Hm, hm. Koppern da hoch. Wie, wie wurde ich denn vom Auto getötet? Ich hab nicht verstanden, wie es ist. Musst du kurz hochschießen. Ja, das Auto ist eine Traitor-Falle. Oder kaputt schlagen. Das ist die Fahrt. Oh mein Gott. LOL. Leute, was fliegt denn hier, Anwalter, Schrede? Was ist denn los? Politiken. Alle tot. Wie der Gamer identifiziert, Reaper. Ja, schon dabei. Oha, drei Stück. Oha, das ging schnell. Aber die Brücke ist jetzt schon entschärft, ne? Ja, ja. Wenn die runterkommt, dann... Ah, ah, okay. Hase. Hase. Oh nein Gott, alle, ihr alle drei sind Traitor, ich weiß das. Hä? Ja, oder? Warte. Ey, wieso wurde der Hanke wiederbeleben? Also es sind drei Traitor. Ja, ich bin wiederbelebt. Du und ich sind immer eigentlich... Er wurde ja... Er wurde ja... Er wurde ja... Er wurde denn identifiziert überhaupt? Ich dachte, es sind drei Leichen. Oha, Hackerab. Hackerab auf mich. Oha, ich glaube, da hat es jemanden erwischt. Es gibt jetzt zwei, oder? Gibt es diese Runde immer noch drei? Ja, nee. Äh, jetzt. Hase, ich habe keine Waffe. Ah, doch, habe ich. Äh, Hase, was wollte... Ey! Ich wurde einfach von hinten lang gesnipet und du stauntest da. Ah, Fuchs war eh noch. Ey, warum kündest du den? Ich bin noch mal gesnipet tot. Maker? Ey. Ne, äh? Wer ist denn hier noch? Aua, I've grabbed. Hau... Ah! Wow! Hanky! Der darf ja nicht mehr reden, ne? Alter, du bist ein richtiger RDM-Dater, ey. Ach, Seripo. Du hast voll überlegen, ich sagst, du bist auf drei Minuten. Ja, das ist doof. Ey, waren zwar keine 30 Sekunden, das war aber so geil mit der Brücke, das musst du einfach so gut. Alle auf einem Boden. Einfach mal drei Tore. Ah! Ich sage, seit wann machen Head-Grap 50 Schaden einfach. Ja, ich baum die Papen 10 oder 10. Ja, wenn du ihn richtig fängst, hast du verkackt. Also Head-Grap Launcher, ich dachte... Head-Graps. Deine Head-Graps. Mama, die Head-Graps machen 99 Schaden. Ne kleinen, 28? Die hauen dich auf einen Schaden, also auf einen TP runter und danach, äh... Du musst, äh... Ne, kann ich nicht beschleunieren. Das sind aber die anderen. Für die andere, jetzt gibt es schwächere Headgrabs, die nicht gleich von 15, 20 AP ab, pro Hit, bei mir hängt es in meinem Label-Spring, schnell über die Brücke, schnell über die Brücke, schnell über die Brücke, schnell über die Brücke, oh Gott, ich habe der Scout, ich muss auch noch rüber, hier gibt es keine Waffen, ich habe es geschafft, ich bin drüben, ich muss auch rüber, nein, da schauen alle Leute zur Brücke, warum geht der nicht alle über die Brücke, warum nehmt der nicht das Wasser? Ja, aber die Brücke geht noch nicht kaputt, oder? Ne, die ist noch gar nicht so, wie es aussieht. Aber ich meine, ist das eine Traitor-Falle, die Brücke? Ja, ja. Tyrex, kann ich eine Golden Gun? Nein. Deswegen gehen wir also, oh Mann. Aber Fuchs, du warst in der letzten Runde jetzt auch gerade nicht der Hellste, kann das sein? Nö, ich war der letzte, nur der Detail hat mich abgeknallt. Ich habe dreimal auf dich gebeten. Ja, ich wusste es doch, ich wusste es doch, es war einer von dir Raid. Ja, ich habe mich geschossen, aber ich wusste es erst nicht, deswegen. Raid-Maker oder so, oh mein Gott. Geht weg! Maker hat den Molly geworfen, Maker hat den Molly geworfen. Maker ist es, Maker ist es. Maker ist es. Ja, ist gerade vor dir, ist gerade vor dir, Hase, glaube ich. Ich habe, ich habe Lacks. All Maker ist T. Wo ist es denn? Er ist gerade rechts, sehr genau vor dir, in der Weise. Da rechts, ja genau, da, ah, wo? Dreh dich nochmal, rechts gucken, ja genau, da rein musst du da gucken. Ist gerade auf deiner Seite. Ich habe hier keine Wand, ich habe hier eine Wand, ich habe hier keine Tüle. Geil, dann geht ihr hier außen rum, er ist da genau an diesem Gebäude, wo du bist, auf der anderen Seite. Da war er gerade. Moment, ich kann ja gucken, ne? Hier sind... Doch, er ist im Gebäude drin. Geh rein, schieß auf ihn. Entproven sein wird zu spät. Weiß nicht, ob du proben bist. Wo? Er ist schon tot. Warte, wer hat jetzt, äh, wieder gar nicht geschossen, Fuchs ist proven. Fuchs ist proven, das heißt... Hast du Punkte bekommen? Ja. Okay. Habe ich schon mal auch, wo ich ihn erschossen habe, habe ich Punkte bekommen. Ja, ich habe ihn auch identifiziert, deswegen. Und wenn du jetzt nochmal Punkte extra bekommen hast... Red ist da oben. Und dann bleibe ich jetzt. Kannst ja bei mir bleiben, Fuchs, jetzt hier. Partner für Partner hier. Da musst du aufpassen, ne? Ja. Ja. Das kann nur noch, äh, Hase... Reaper, wo ist denn der? Ich glaube sogar, dass es Hase ist. Ja, Hase und... Bisschen sehr dumm vorgekommen ist gerade. Fast schon absichtlich. Ja. Hier ist keine Tür oder kein Eingang. Hier ist... Hier ist auch ein Eingang gewesen. Hier ist gesprungen, dann war die Wand da. Ray, lass mich hier in Ruhe. Ja, wenn du mich in Ruhe lässt. Äh, Fuchs, wo bist du? Ich bin... Ich bin bei dir in der Nähe. Ganz in der Nähe. Ach doch so. Ja, warte, Reaper lebst du noch? Nein, er ist tot. Na ja, er kann auch nicht sprechen. Ich glaube, er ist am Anfang da an der Traitor-Falle gestorben. Wo die... Kaputt gegangen ist. Zwei oder drei Leute sind da gestorben. Ja, ich bin da hingerannt, wieder rausgerannt. Habst du gesagt, den Tee ausgetrickst. Aber... Ich bin innocent. Ich werfe sogar die Waffe weg, wenn du mir nicht glaubst. Ich kann mir so oder so nicht glauben. Ja, wenn ich die Waffe wegschmeiße, wenn ich... Ich kann auch die Waffe wegschmeißen und dann hab die Tee-Waffe raus dem... ...und Diver und dich erschießen. Ja gut, mach, mach. Ich bin innocent. Mach mehr, mach. Das weiß ich nicht. Kannst du ja... Kannst du ja... Warte... Kannst du ja mit dem Haar ein bisschen abhängen, bis er dich tötet. Ne, ich hab ja keine Haken. Hä? Was? Du kannst mit dem Hasen abhängen, bis er dich tötet. Mit dem Hasen? Ja, will ich aber nicht. Ich will nicht tot sein. Ja, du kannst aber nicht bei uns bleiben. Ne. Du bist eine Gefahr für uns. Ich will nichts von euch. Ich hab 37 HP. Dann bin ich doch keine Gefahr mehr. Äh, na doch. Ich hab auch schon was gerissen. Dann kannst du eigentlich nur noch der Hase sein. Alter, Alter, Alter. Ja, nee. Ich war der Sniper-Schützer auf dem Dach. Ich war der Sniper-Schützer auf dem Dach gestern. Ah. Aha. Ich bin mit 37 HP keine Gefahr mehr. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Ja. Ja. Ja, dann kannst du noch der Hase sein. Wenn er so treu sein könnte. Es müssen auf jeden Fall noch zwei Traitor sein. Ich hab jetzt Leute aufgeteilt. Ja, zwei. Zwie so einer war da tot. Und Ui Patz war auf zwei umgestellt. Achso, er hat auf zwei umgestellt. Ja, dann wollt ihr euch beden? Dann könnt ihr euch beden. Ja, genau. Ihr seid ja heute beide unproven. Weil Fuchs ist 100% proven. Ah, Headcrop-Launcher. Nicht mit mir. Wo ist denn der? Ab da hinten. Das war RK-KOS-Hase. Ja. Leiser. Der Hase. Ey, ich wusste es doch. Ja, schon. Der Hase. Ja, voll. Das kam mir zu blöd. Aber Cyrax, ehrlich, du fragst ob ich noch lebe? Ich hab mit dem Satz aufgehört zu sprechen. Ja, ich hab da nicht zugehört, weil ich mich selbst retten wollte bei der Brücke, glaube ich. Ja, das ist ja gut, Ray. Ist gut. So steht dir auch alle bei der Brücke. Hör, da hast du Traitor. Hier liegst du ja. Hier liegst du ja. Oh, Reaper. Ach, hallo. Aber was machst du immer mit deinen Detepunkten? Aber Ray war auch nicht schlecht. Den hättest du eigentlich auch als Confirmed Inno machen können. Ja. Das ist ein bisschen schwierig für zwei Traitor, oder? Ja, ich hab das nicht gesehen. Ja, ich hab das nicht gesehen. Ja, drei ist ein bisschen sehr OP, ja. Ich finde aber zwei ist nicht cool. Aber zwei ist auch cool. Das ist noch easy, wenn der Toilette alles richtig macht. Ja, genau. Also, es macht ja auch mehr Spaß, glaube ich, wenn man ein bisschen gefordert wird. Oh, so schnell über die Brücke, schnell! Ich hab ja schon allein vier Stück getötet oder so. Weswegen? Also, so schwer ist es nicht. Warte, ich mach das. Muss es nur überheben. Geschafft. Wird's ja mal cool finden, wenn ich überhaupt ne Waffe finde. Wird's ja mal cool finden, wenn ich überhaupt ne Waffe finde. Wollte, die Position. Wollte, 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 wollte. Wollte, wollte, wollte. Wollte, wollte, wollte. Wollte, wollte, wollte. Ey, 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 ey. Hase, gib mir mal deine Farmkant. Hey, Hase, schießt! Hase schießt! Ich geh mal über die Brücke, Herr Traitor. Ich bin Dete, tötete Hase. Wüsste sie nochmal? Hase tönen? Ja, ich rll sie. Hänky sollen wir Hase töten? Beat Thriller, aktiviert die Brücke Traitor, komm aktivier sie. Wenn du's kannst. Ja, ich will gucken welcher Traitor die aktiviert, ich kann das selber leben. Fade ist auch selber Traitor. Irgendwann treff ich. Ja, siehste! Das war vielleicht Raid, der war am nächsten, Raid oder Reaper oder... Wieso, ich bin extra durchs Wasser... Aber einer von euch rein muss es sein. Ich bin extra durchs Wasser gegangen, damit ich da nicht sterbe. Also von mir aus könnt ihr den Hasen töten, der verweigert sich die Waffe zu geben. Aber ihr alle drei waren in der Nähe. Ich war doch nicht in der Nähe, das war nicht mal annähernd die Nähe. Man kann von einer guten Distanz die Falle aktivieren. Da drüben sind die Traitor, da drüben sind die Traitor, da drüben sind die Traitor! Alter, ist doch gar nicht wahr! Wo ist er? Ich hab mir nur ne Waffe geholt! Ruhig, ruhig. Ich hab mir nur ne Waffe geholt. Fuchs ist oben. Unden ist... Da hinten, da. Ihr seid Traitor, verbiss dich! Reaper ist tot? Alter, ich bin kein Traitor! Hier, hier, ich bin kein Traitor! Dann ist es da oben der Fuchs oder dahinten auf dich komm. Ja, da hinten, guck mal, guck mal. Da hinten war jemand mit low life. Seht ihr, wo ich hinlaufe? Da versteckt mich der Maker mit einer Sniper. Naja, siehste. Der hat auf mich gesnipert. Ja, Maker! Ja, da, da, da! Ja, Maker, es ist... Au! Ich hab nen Tod gehört, ich hab nen Tod gehört. Sorry Fuchs, das sah mal lustig aus. Töne den Maker! Was ist jetzt passiert? Maker ist also Traitor. Da ist aber noch einer. Ja, der schießt da die ganzen auf uns. Irgendwer ist da noch? Killen schon. Ich mach das. Wo? Wer macht das? Eka, du hast gerade gut... Gut gesagt. Great. Was denn? Was willst du von mir? Gar nix. Es gibt zwei Traitor immer. Oh lo, ich hab nen getötet? Wie Maker? Ja, er liegt da oben tot. Hier unten ist... Hier war noch irgendeiner. Macht's auch, wenn du... Wenn du den Körper triffst. Oder den Kopf, aber nicht die Beine. Ja, wenn die Beine oder Arme triffst, dann... Ja. Ich bin Proven. Obwohl wir keinen Data mehr... Haben wir noch einen Data? Ja, wir haben einen Data. Ja, ich geh. Ich bin Proven. Ich hab Maker getötet. Er ist da oben, aber ich kann die Leichen schnappen. Deswegen... Haas ist bei mir. Haas ist bei mir. Ich geh die holen, warte. Ich bring sie dir. Oder ich mach Call Data. Bin die nicht auch so Hype geproven? Weil ich den Maker identifiziert hab, dass er gesnipert hat und so? Nö, du hast sie lieber gekillt. Ja. Warte, ich bring sie zu dir. Wo bist du? Gekillt. Ich bin gar nicht im Weg zu dir. Danke. Ach da, über... Ja, ach da bist du. Ach da, hier, 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 hier. Nix, 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 nix. Ah, da. Proven. Wie holt man jetzt die Punkte? Einfach e-traum machen, dann solltest du oben Rätselanzahl bekommen. Okay. Ich trau dem Hasen nicht, der... Äh... Henke, ich bin... Ich bin ein... A-A-A-Assist. Mal Tab drücken zu... Assistent. Hm. Na so. Na so. Wir sind Proven. Mhm. Wenn dein Leben noch Raid, der Hase und ich... Okay. Du kannst ja einmal Free-Crow-Bahn. Haha. Also ich sag, es ist Raid oder der Hase und ich glaube, weil der Hase so alleine für sich wiederum rennt, ist es der Hase. Nö. Wobei Raid hat sich mir gegenüber auch schon auffällig. Wobei Raid war grad neben mir, als die Produkte unterging, im Wasser. Okay. Reaper war's ja nicht und äh... Sonst war's nur noch du in der Nähe noch. Nein, Fuchs war in der... Riki ist tot. Was war er? Wieso ist er jetzt tot? Keine Ahnung, ist er runtergefallen oder so? Riki ist ein Lichtschwert. Du hast mit Lichtheit geschlagen. Aber warum? Du hast jetzt grad mit Lichtheit geschlagen. Ja. Alter, ich hau hier ab. Das durftest du grad doch gar nicht machen. War random. Enki. Das war jetzt grad nicht cool. War aufrecht. Wer ist jetzt noch gestorben? Äh... Enki hat Freak gehittet. Na, jetzt kannst du entscheiden, wer Trader ist. Die letzte Rundmäkel durchbatteln, aber die Zeit ist eh gleich vorbei. Ne, es ist erst 30 Sekunden, dann kommt noch die Erstmode von... von Traitor. Ja, das kommt nicht schräg an. Zählst du auf mich, Zarex? Ja, aber ich zieh nicht mehr proben. Hehehe. Was hat denn alle auf Ray? Wieso auf mich? Warum auf Ray? Alter! Da geht was ab. Ja. Battlen. Er muss mal lebt, ist tot. Ja, ich geh auf den Hasen, weil... Ja, los, kämpft, kämpft! Ja, einer von den beiden muss das jetzt sein. So, du warst das so. Nein! Nein! Als wenn du gefallen hättest. Bitte keine Random-Kills machen, du hast Freaks sowas von gerandom gerade. Ne, das war doof, ist das noch nicht, Mann. Leute, nur mal so, wie funktioniert der Defibrillator? Einfach an die Leiche gehen. Da neben Stellen anklicken, also neben Stellen auslegen und... Ja, und dabei noch shiften. Hatte ich eigentlich gemacht gerade, aber es hat nicht funktioniert. Direkt halten und locken. Ja, dann Schatter Error, dann Schatter Error und, äh, ja. Ja, du guck dich dabei noch. Manchmal machst du dich doch so. Okay. Oder die Leiche mal ein bisschen umlegen. Komm. Schade, schade. Ja. Nur nicht zu weit vom Tötungsplatz entfernt hinlegen, sonst funktioniert die nicht. Voll dein skinn ist weg. Obwohl, sie wurde vorher ja schon umgelegt von Donald Mr. Überlebst du eine AWP, das war echt kacke. Ich hab dir sogar in die Schulter geschossen. Ah, mach nicht, One-Hit. Vielleicht hast du nicht... Ja, nein, ich dachte, dass er auf Körper und Kopf One-Hit macht. Nein, mach nicht. Ich fang die auch beim Kopf, war kein Problem. Aber der Hinky war wirklich geil, er hat seinen Traitor-Punkt für mich einfach so verkehlt. Ich dachte, der AWP macht egal, wo man hinschießt, One-Hit. Nein, macht sie nicht. Das war ja auch schon gestern so. Oh, nee. Ich hab gestern Raketenwerfer überlebt, kein Problem. Was hab ich für einen Scheiß hier angestellt? Ich bin schon wieder der Hete. Nein, Reaper. Was, Renfumi? Ich hab gestern Raketenwerfer überlebt, also kein Problem, die AWP. Da ging was hoch. Ich hab hier auch... Oh, Reaper, wir sind in den Schultershop in Ruhe. Ich knall dich gleich. Ich hab einen Shotgun-Schuss gehört. Ich hab keinen Schuss gehört. Ja, ich hab... Nein, 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 ich wollte die Shotgun-Schüsse hören, die waren immer hinterher. Ja, ich hab's da mitgeschossen. Die Brücke ist ja noch gar nicht ausgelöst worden. Ja, da macht das so. Oh, nein, schau runter. Ich hab's überlebt. Der fällt einfach mal auf den Jungen. Auf jeden Fall hab ich einen Scharfschützen-Schuss gehört. Ich hab gar nix gehört. Oh, man kommt die Traitor auf dem Reeper. Warte, ich mach die Brücke runter, geht weg. Los, mach das. Cyrix steht unter das Lutz, Traitor. Ich bin auch noch da, los. 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 Lieber Traitor, mach das, komm. Nein. Nein. Was war die Person dahin? Geh ich mal davon aus. Wer? Also, Reaper war's nicht. Hätte wieder Rage hingeschaut. Alter! Ich krieg immer die Schuld, nur weil ich in der Nähe stehe, dass ich schuld bin, oder was? Ich hab euch alle angeguckt. Du hast da hingeguckt. Ja, und es sah sehr lustig aus. Es sah sehr lustig aus, aber ich war's nicht. Kurz mal eurer Aufmerksamkeit in Gedenken an Cyrix, der sich für uns geopfert hat. Oh mein, ey. Kann ich mir Munition holen? Wie cool wegschritten wollte. Ich hab's Lichtschwert draußen. Herrlich. Reaper war's auch nicht. Wo ist der Tote hin? Wo ist der Tote? Den hab ich gerade in Wasser gestanden. Ja, ich hab grad Reeper geguckt. Achso, wir haben einen Date, klar. Sorry, hab ich vergessen. Ja, bringen wir mit, bitte. Ja, ich bin hinter dir. Ich geb dir einen Tipp, warte noch ein bisschen, bis er Traitor-Action macht. Ja. Nein, warte ich nicht. Bring ihn hier rein, bitte. Den Date schützen. Ich will ja nichts sagen, aber wer ich Traitor, wärst du jetzt tot. Reeper. Na? Ich bin Freak. Ja. Ah, Munition. Ja. So, alle sind beim Date und beim Inno nur irgendwie... Reeper haut ab und noch irgendwer ist nicht da. Ja, ich bin nicht da, aber das hat jetzt keinen besonderen Grund. Der Fuchs? Wo sind der Fuchs überhaupt? Ja, ähm, Automaten bin ich. Achso, hier ist der Maker, der ist verwundet, aber hier ist der Verwundet. Ah? Ja. Irgendjemand schon proved? Lauf, Sarek, such, such, Sarek, such. Ah, Sarek ist am Leben. Mach jetzt mal mit ihm, weil ich jetzt weiß, dass er eh nur ist. Okay, also mach jetzt Sarek als Friend bei Tab. Als Ehre. Laufen voll viele ihm hinterher. Los, such's Hündchen. Äh, nick mal oder schüttel mal den Kopf, weißt du, wer es war? Foxy. Uh. Ne, na toll. Toll, können wir Sarek wieder aufbringen. Jetzt kannst du gleich sterben. Der hätte es toll bleiben können. Ich würde ja sagen, Freak war's. Weil er gefragt hat, ob er weiß, wer es war. Also wenn wir noch einen Defibrillator hätten, würde ich mich anbieten, dass er mich umbringen könnte, aber so nicht. Ja, das habe ich ja, ähm, vor zwei Runden nicht angeboten. Boah, das ist was wahnsinnig schwarz. Oh, 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 oh. Was macht ihr denn bei dir hier oben? Ich fall die Party. Will dich töten. Nein, das willst du nicht. Wollt ihr da los, macht die Autofahne mal. Was macht die Autofahne mal? Ich will nicht. Wollt ihr die Autofahne mal los? Ist das klar nach deinem Tod, oder? Warte, er schreibt irgendwas. M? Ey, ey, ihr freak. Da oben, da oben, freak, da oben, freak, da oben, freak, da oben, freak. Auf der Brücke, freak. Fuchs, hier war's. Hase, freak, da oben auf der Brücke, auf der weißen Brücke. Wer oben? Ja, Fuchs war dort oben. Reaper, da über dir, da auf der Brücke. Da wurde jemand erschossen. Ich habe gerade voll Molly abbekommen. Ja, von... Ja, hier hinter mir, ich werde was erschossen. Wer denn? Äh, Fuchs, Fuchs, Reaper schießt auch noch drauf. Okay, wir haben ihn getötet und Reaper ist runtergefallen. Oh, ey, das war unfair. Hase, Hase, komm mal zu mir schnell. Was soll ich bei dir? Ja, die Punkte aus dem Dingo rausholen. Zu wem? Aus Fuchs, hier schafft er. Ding gemacht. Bist du das da unten? Nein, ich bin hinter dir. Ah, da. Hat er ja Punkte? Sorry, wolltest du einen Maker auf den Boden schreiben? Ray, geh weg. Aber ja, ich geh, ich bin auch schon weg. Nein, keine Punkte. Fuchs, du Arsch. Nein, soll aber nicht ausgegeben. Ja, M hatten wir schon. Beim M waren wir schon. M kannst du das machen. Ihr könnt mich jetzt auch als Friend markieren bei TAP. Mega. Das wäre sehr nett. Warum? Ja, weil ich den getötet habe. Achso. Fuchs. War so, man. Schießt jemand? Ja, das ist Simon. Sie leben ja jetzt nur noch... Eigentlich könnt Freak und Ray, ihr könnt beide einen Battle machen. Ihr seid die letzten beiden. Okay, wo ist der? Okay, wo ist er? Ja, jetzt geht's los. Freak, Cyrax, Rayd und Maker sind bei mir noch drauf. Ja, ich bin ja Proof Dino. Cyrax ist Proof Dino. Du bist Proof Dino. Noch Ray und Freak. Rayd, wo bist du? Ich Proof Dino bin, weiß ich nicht. Ich bin... Wo, wo, wer? Ich sehe den Maker gerade. Ich bin hier oben auf der Plattform. Na wo? Geil, also du bist der Traitor, Mann. Nein, ich bin nicht der Traitor. Na klar, ich bin Inno. Die anderen sind alle Proof. Also bist du los. Freak hinter dir? Hinter dir? Rayd, so oben. Freak hinter dir. Ich bin nicht oben, Alter. Ich bin innocent. Ey, warte mal. Der Fuchs lebt noch. Der Fuchs lebt noch. Hier oben auf dem Dach. Hier hinten. Ja, und ich bin Traitor oder was? Der Fuchs lebt noch. Ja, wenn der sein könnte. Weißt du nicht. Aber das ist ja nur ein Traitor. Jemand hat den wiederbelebt. Aber wer? Ja, Rayd natürlich. Alter, wieso soll ich... Ich war doch gar nicht da eben erst. Ja, du warst der Einzige, der nicht bei uns war. Na. Okay, Hase, du hast irgendwen erwischt. Der liegt da oben tot. Hase? Moment. Nein! Wer war das? Rayd. Dann ist der Fuchs immer noch nicht tot, Mann. Oder was? Oder haben wir jetzt drei Traitor? Nee, in... What did the maker lebt noch? Oder du bist es? Nee, ich bin wirklich inno. Ich hab doch grad den Fuchs gejagt. Ich hab doch geschrieben, wo der ist. Das wollte ich doch nicht machen. Oh, endlich. Shit. Der Fuchs wird wiederbelebt. Neu ist die Grenze, ne? Ich versuche Fuchs zu töten. Weißt du, vor allem da oben. Total offen. Jeder kann eins sehen, ne? Ja, ey, das war so bescheuert. Du hast mich wiederbelebt. Ich hab erstens keine Waffe gehabt. Dann hab ich eine M4 gefunden. Und da waren nur acht Schuss drinne. Und ich bin nur mit Lichtschwert überall so rumgehoffelt. Und hab überall Waffen gesucht. Und eine Shotgun gefunden mit dem Hase. Ach, das ist so ein Maker und so. Der Fuchs hat noch gelöst. So. Da steht grad round over in zwei Minuten. Äh, jetzt beginnt's ja jetzt. Ja, dann können wir jetzt zwei Minuten mal reden. 20 Minuten. Ah, das war die letzte Runde. Äh, letzte Runde kann sein. Ja. Boah, jetzt schon letzte Runde. Ja. Zeit vergibt mich auf. Das ist etwas, äh, ja. Oha. Oha. Ja, ich hab ja drittes gefunden. Du brauchst ein Trader ja gar nicht bestellen. Ja, ja. Bei mir spinnt ein bisschen die Zeit. Da steht eineinhalb Minuten Preparing. Bei mir auch. Ah, das ist gut. Eins, null. Let's go. Boah, ich hab's überlebt. Ja. Melonenbombe, ne Melonenbombe. Freak, komm zur Brücke. Also komm nicht auf die Brücke, sondern ich geh auf die Brücke. Melonenbombe, yeah. Ich bin kaum Trader auf dieser Map. Ich weiß, null mag Trader. Trader. Ich glaub, ein Mal war ich. Also eine ganze, in halbe Stunde war ich jetzt kein einziges Mal Trader. Los, jetzt stell ich mich als Opfer da für die Traderfalle. Ich war dreimal nach einer, Trader. Oh, du musst einfach nur an Rand gehen und dann nach hinten laufen. Wer bist du? Ich will ja schnell mal, wie der Spaketer das Ding sehen kann. Nur wer dabei das Ding jetzt runtergeht, ist der Allmaker Trader. Ganz einfach. Los. Ray stellt sich auch noch als Opfer. Lass mal fahren! Hanky! Ah, Hanky. Hanky, Reapers tot. Also diesmal hab ich mich nicht in der Leiche. Da hinten ist Hank. Hey, das bin ich! Gott! Er wurde mit der Melonenwaffe getötet. Nein, nicht nach Plasma. Hanky war es tot. Hanky, killen. Er war auch gerade immer mal, ich bin nach dem Leben wiederbeleben. Ich kann Repubreer beleben. Wart mal, lass die noch ein bisschen ins Bekleid. Wo sind die Leiche? Da, nicht. Kann er muss sein, er muss sein, er muss sein, er muss sein, er ist ja neulich Hanky. Oh, mein Gott. Ich muss nur Raketenwerfer gemacht. Freak, geh weg von da, geh weg von da. Oh, ich muss auch... Wow. Ich hab gesagt, geh weg von da. Ich so und nicht so, wenn ich so und der, wo wir geschossen haben. Die nicht dahin, da ist auch eine Traderfalle. Oh, what the fuck? Hanky, Hanky ist im Waffenladen. Freak, komm zu dir. Äh, 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 ich komm dich! Hanky KS gewesen? Ja, das sollte krass sein. Ah, ja, okay, weil ich hab ihn grad gesehen. Von Reaper eigentlich. Doch Hanky ist KS. Ja, okay. Bin ich KS. Moment, Reaper weiß doch gleich wer da. Nein, das ist ein Leiche, den ist ein Leiche. Bei den Rohren Ding da. Aber schießt du auf mich? Ich bin mal Hanky, Hanky, Hanky schieß, Hanky schieß. Zack, Reaper ist auch wieder da. Oh, was so, Alter? Ah, Reaper brauche eine Waffe hier, Reaper eine Weine. Hanky, Hanky ist mein Rohr Ding, Leute. Nein, das ist ein Ding, Waffenlager. Leute, das ist ein Ding, Leute. Oh, freaky rein, da ist Waffenlager. Ja, hab ich doch. Ich hab nur diegel. Hanky ist gerade 50 Meter vor mir, ja genau da, genau. Ah, lauf euch vor, lauf euch vor, lauf euch vor. Da ist er, da ist er, da ist er, genau. Da ist er grad hingerannt. Ja, gut, dann läuft einer mal hier rum. Ey, 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 ey. So. Ja, er braucht auch geschossen, nicht im Proven. Äh, Freak geschossen und Reaper's Proven. Und Reaper's Proven. Vendete? Ey, ich weiß, du bist trotzdem. Ja, Reaper's auch Proven. Ja, Reaper's auch Proven. Ja, Hase, ich kann Hase töten. Weißt du, wer der zweite Twitter ist? Ich und Hase sind die letzten beiden. Ja, dann bellet euch, ne? Ja, wo ist der? Ah ne, Cyrix ist lebt auch noch, Cyrix ist auch noch. Ich hab eben grad auf Hanky geschossen. Ja, ja, hab auch Hanky geschossen. Ja, stimmt. Ne, dann Hase und Maker, ihr könnt euch bellen. Ja, wo ist der? Ich hab auch Hanky geschossen und bin jetzt einfach zum Abschuss freigegeben. Ja, wie? Also Cyrix weiß ich, der hat ja auch gesagt, wo er ist und so. Ja, eben, ich hab auch drauf geschossen vor dir. Ja, ich war 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 ja, nicht schießen sehen. Was sagst du? Ja, schieß auf mich, Hase ist es. Hey! Oh, schieß auf mich. Ich hab doch in die Luft geschossen, mein Gott noch mal. Das war recht neben mir auf der Metallplatte hier, ne? Du wolltest sehen, dass ich mal schieße. Ich hab doch gesagt, ich sch... Sag mir, Cyrix, wo willst du denn? Oh, ich hab jetzt so auf... Ich dachte auf Hanky schießen. Ja, war eindeutig klar. Ich hab mich eigentlich umgebracht. Vielleicht schön zusammen. Die Runde ist vorbei. Bye, bye. Tschüss.